Hinter mir ist der Hellersdorfer Kastanienboulevard. Der Boulevard ist ein attraktiver Ort, aber er hat es an den besten Tagen schon lange gesehen. Deswegen setzen wir uns als Linke auch dafür ein, dass der Kastanienboulevard gestärkt wird. Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass es ein Quartiersmanagement hier gibt. Das Quartiersmanagement stellt finanzielle Mittel dafür bereit, dass Anwohner und Anwohner und auch Vereine soziale Projekte gefördert bekommen. Und jetzt geht es auch an die Umsetzung einer neuen städtebaulichen Entwicklung auf dem Boulevard. Es werden Wege erneuert, der Boulevard erhält ein neues Zentrum, der Spielplatz wird saniert und als Abgeordneter setze ich mich auch dafür ein, dass unser Brunnen am Boulevard endlich wieder sprudelt.